Willkommen zurück bei Game of Thrones und ja wir sind mittlerweile wieder hinter der Mauer unterwegs mit Garret, Finn und Cotter und ich bin gespannt ob wir Northgrove finden you sure you know where you're going Cotter let's see that map again so you're asking now are you surprised you haven't taken it from my pocket already how much food we got left here we are carried how was the food but we should keep moving better if we're moving in the right direction though doesn't matter if we all starve before we even get we're on the right track this way goodling the free folk this complicates things you stay here i'll try and talk to her i'm one of them what what it's a fucking wildling Cotter they might kick me around a little but whatever you do don't come out all right she has to think i'm alone if she sees you you'll only make things worse good hunting no i'm i'm a friend i grew up near hard home you know it i won't hurt you all right you won't i'm one of you oh oh you sure look like a crow to me you're dressed like one you out here all alone little pup come out or i'll kill your friend or i'll make him scream first listen i don't want to fight he'll be all right won't he ah 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 stop please you don't like it you best hope your little crow brothers come looking for you soon how's that feel yeah 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 you can do better than that yeah ah over there you yeah 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 that's really good as Oh, komm schon. Thanks. Fuck. Coulter! Mach schon an. Das ist nur ne Frau. Wir kommen. Wir kommen. Wir kommen. Wir kommen. Garret! Garret, nein! Sie ist nicht zu kämpfen. Es ist vorbei. Sie müssen nicht das machen. Was hast du getan? Sie ist weg. Auf unser Essen. Sie sind weg. Sie sind weg. da sind wir ziemlich gut durchgekommen würde ich sagen und das war es dann auch schon wieder für diese folge ich weiß die folgen sind ziemlich kurz aber dafür kommen sie ja täglich raus ich kann es leider nicht anders machen denn hat sich schon was dabei gedacht die erzählstränge so zu halten also sehen wir uns wieder wenn es wieder heißt wenn es ja wenn es heißt game of thrones